Der Freistoß auf die Torwart, Leute. Wir sehen es, wie er diesen Freistoß verwandelt. Efe ohne Ende sehen wir hier. Nochmal sehen wir es, wir blicken auf die Wiederholung. Da ist ganz viel Efe drin. Ja, Sie können einen Blick auf den Freistoß. Vielleicht schon durchgemacht. Ganz viel Gefühl im Fuß. Da ist nicht zu halb. Ich, wie er diesen Freistoß da reingemacht hat. Da kommt die Wiederholung. Efe mit dem Außenriss. Das werden wir in dieser Saison noch heute anspruchsvoll. Das sehen wir hier in der Wiederholung. Dieser Freistoß. Ein Freistoß. Der war. Ich verwandle diesen Freistoß. Ein Superdor. Ein Superdor. Der war. Der Freistoß. 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 Ganz stark, er besenkt den Ball mit einem direkten Feistuss. Der Ball mit einem neuen Feistuss. Der Ball mit einem neuen Feistuss. Wir wiederholen das Gads-Fiege-Pete. Er sieht ja nicht immer noch ein. Ich bin hier nicht, aber ich vermute, dass es gibt jetzt. Ganz stark, er versenkt den Ball mit einem direkten Beistoß. Ich bin hier nicht so gut, wie man hier ist. Das ist das Wichtigste! Aber ich bin hier nicht so schön, dass es so schön ist. Das ist das wichtigste! Lass uns hier auch jetzt ein bisschen Verhältnis. Gefährlich. Das Wort aufgeben. Kennen Sie nicht. Ausleihen. Dann sind Sie wieder mit dem Rettung des Spiels. Das sind 10. Was für eine Leistung. Überragter Freistoß, dass Schauffer-Kochmann hat, was für eine Flutbahn. Der sieht fast die ganze Zeit so aus, als ich glaube, dass er irgendwo die Kanteffler hat. Und dann dreht er sich doch noch ins Tor. Wahnsinn. Ganz stark. Er versenkt den Ball mit einem direkten Freistoß. Voller Freistoß. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist ganz viel Effekt. Die Chance jetzt. Ganz stark. Er versenkt den Ball. Mit einem direkten Freistoß. Super. Wir lieben Freistoß, Frau Mann. E.T. ohne Ende. Sehen wir hier. Das ist nochmal sehr, sehr schön in der Zeitrufe. Ja. Dann Töller rein. Ist es das. Den Freistoß muss man zuerst mal so machen. Ein toller Treffer. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Freistoß. Hat es schon gut gemacht. Ganz viel Gefühl im Fuß. Er ist nicht zu alt. Und das ist eine wirklich gefährliche Situation. Da kommt der Versuch. Ein klasse Tor. Freistoße kann er einfach. Freistoß Tor mit dem Außenriss. Das werden wir in dieser Saison noch häufiger im Highlight Reels sehen. Wahnsinnig gut gemacht. Hier nochmal die Wiederholung. Besser geht's nicht. Präziser geht es nicht. DeFi verwandelt diesen Freistoß ein Super-Tor. Ja. Hey. Come on. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Freistoß. Hat es schon gut gemacht. Ganz viel Gefühl im Fuß. Da ist nicht zu halten. Come on. Können wir was werden. Ein klasse Tor. Freistoße kann er einfach. Unglaublich wie er diesen Freistoß da reingemacht hat. Da kommt die Wiederholung. Effet ohne Ende. Und da hat er keine Chance.